Hallo und herzlich willkommen zu Marlon Neumann und Tigerfarm. Hallo. Hallo. Ich bin Marlon Neumann. So, warte mal, wie ging das jetzt hier mit Dings da? Gar nicht. Doch, warte, ich muss Papier-Karton-Fabrik und dann da drauf und dann da drauf. Marlon, du musst warten. Warten! Ich warte nicht. Boah, bist du unnetz. So, da haben wir Papier und Karton. Bier. Bier. Nicht Bier, Papier. Da hast du ja was falsch verstanden. Da hatte er Hoffnung. Da hatte ich echt Hoffnung. Jetzt müssen wir gucken, wie ich den wieder aktiviere. Arbeitsmodus anschalten. Aber ich wurde enttäuscht. Du bist immer enttäuscht. Wo kriege ich den Karton gerade gut los? Hier und wo. Ich bin wieder da, nach einer Auszeit, ey. Ja. Da muss ich halt selber gucken. Selber schuld. Oh, Mann, warum nach? Schlaf ist der App-Menü betreten. Oh. Du wolltest nicht für mich gucken. So, äh, Karton, Papier verkaufen, Drescher kaufen. So ist der Plan heute. Wir brauchen einen dritten Drescher. For me. Yo. Ah, toll. Oder für Marlon, aber du fährst ja gerade den Dings. Den Dings. Den Dings. Ja. Ich hab mal wieder alle Paletten verloren. Ah, ha, ha. Oh, ne. Och, wie schön, dass das Feld jetzt erst bei mir lädt. Geil. So. Hoffentlich bleiben sie diesmal dran. Drauf. Drauf, dran, drüber und runter. Was? Noll. Drauf und dran. So, theoretisch. Drauf. Also wirkt, ich kann noch mal, äh, jeweils 14 Paletten aus dem, ähm, fast 14 Paletten aus dem Sägewerk rausholen. Dann mach mal. Das gibt, hoffentlich gut Geld. Äh, Soja, haben wir noch Sojamilch? Nee, gell? Nee. Aber was wir bald richtig, äh, krass haben wir, ist Mehl. Ja, können so eventuell sein. Ach ja, jetzt war das Problem wieder mit dem Abladen hier, was ich nicht gecheckt hab. Du, nicht checken kann gar nicht sein. Doch, gibt's auch manchmal. So, erstmal kurz ein Screening geschossen. So, ähm, Entladen, Z. Och, so einfach ging das? Okay, ich glaub aber, das reicht nicht für einen Drescher. Äh, äh, nee. Ja, ganz knapp nicht. Wir sehen nur noch 400.000. Nee, ein, ein Cent. Was es in diesem Spiel nicht gibt. Also es werden normal so 200.000, werde ich schon noch rankauen. Ja, aber 200.000 sind immer noch nicht der Drescher. Genau, mehr wird's nicht. Also mindestens für, äh, L. Wobei, dann die Frage ist, wie viel, ähm, wie viel Mehl haben wir bis dahin schon produziert. Also können wir uns über das Mehl dann noch klären. Nicht, nichts. Wenn du die Produktion ausgemacht hast, dann ja. Das Mehl ist unverkaufbar. Habe ich so eingestellt. Ah, ach so. Mehl is my best friend. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich wieder auf Tiger fahren. Ja. Warte auf den Alkoholiker. Ja, Flasche, Flasche Bier hat er ja dabei, ne? Ja, hab ihn ja. Ja, hab ihn ja. Sag mal, das, das, das Bild ist Clickbait. Tja. Das stimmt gar nicht. Mann, ich wurde da einfach reingezogen. Äh, Papier. Vor allen Dingen, wir spoilern ein bisschen, ne? Ja, natürlich. Man muss ja irgendwie die Zuschauer rankarren. Äh, dann konnte ich jetzt noch acht. Wieso spoilern wir, die Folge ist. Montag draußen. Seitdem, äh. Doch, das war die doch. Nein, das, dies zählt wahrscheinlich, Freitag oder Samstag online oder so. Ja, oder Darmstag. Ne, ist glaub ich Freitag gewesen. Und die Folge ist wahrscheinlich Dienstag. Hä? Das ist, oder nicht Mittwoch. Das soll diesen Mittwoch. Okay. Äh, aber... Ich hab das irgendwo schon gesehen. Ja, eben auf Discord. Auf den Discord für den RP. Ah, das kann sein, ja. Da war das Bild. Also ich war ja, ich war ja dabei, deswegen ist das für mich kein Spoiler, aber für die anderen. Wieso ist denn das kein Spoiler? Ist doch klar, dass ich Alkoholiker bin, oder? Ja. Heck oder Front, Spoiler? Ähm, beides, ich hab beides. Also ich hab so zwei Meter hohe. Hohe? Und zehn Zentimeter Breite, oder wie? Genau. Sehr effizient. Mhm. So wie es sein muss im Motorsport. Genau. Äh, auf der Farm. Sag mal, ich muss nochmal gucken. Sag mal, was machst du denn, Marlon? Marlon ist grad in die Frucht gefahren. Ey. Diese erste Abmahnung. Bei der dritten gibt's, äh, gibt's, äh, gibt's. Kündigun. Kündigun. Soll ich dich auch abtanken? Ja, klar. Ich bin unterwegs. Volltanken muss der eh nicht, das macht das selber. Okay. Wow. So ein Wow. Wow. Einfach nur Wow ist das. Ich, ich tank erstmal meinen ab, denn darfst du deinen Spaß. Ist immer sinnvoll, erst den anderen abzutanken. Ost. So, nochmal. Zehn Jahre später. Vollgas hier durchs Dorf heizen. Das ist doof, wenn da ne Leib, ne Laterne kommt. Oder steht. Warum steht die da auch rum, ey? Kann die nicht mal weggehen? Gut, jetzt, äh, haben wir gleich ein bisschen längeren Weg. Das Papier abzufahren. Ja, moin, ich hab ein Zeigefehler. Der lädt bei mir immer noch ab, obwohl er kein Anhänger drin ist. Ich hab doch so ein Zeiger, da komm, da komm, da komm. Ach, wo mir was? Nee, das passiert manchmal. Als ob, als ob jemand dauerhaft winkeln muss. Weil das nicht anhalten kann. Weil es nur noch winkelt. Bist du schon inkontinent, oder was? Was bin ich? Inkontinent. So nennt sich das. Inkont... Nee, bin ich nicht. Inkompetent bist du, das weiß ich. Aber inkontinent wusste ich nicht. Wow, einfach nur wow. Heute gibt's Joke auf Tiger Farms Nacken. Ja, machst du immer. Ja, wollte ich gerade jetzt nicht sagen, aber ist schon, ist schon wahr. Ich könnte jetzt einfach auch so sagen, hey, ich verlasse jetzt, ich bin jetzt nicht mehr der Brems-Porter, ich verlasse jetzt ein komplettes Team, ich mache nichts mehr mit euch fertig. Könnte ich sagen. Machst du aber nicht. Mach ich noch nicht. Kannst du auch sagen und nicht machen. Kann ich auch. Kann ich auch. Ich glaub, der kann keine Kündigung, der ist unkündbar heute. Heute nicht nur heute. Immer. So. Aber Runa, was machst du denn da? Ich fahr nicht durch ein Feld, ich fahr um ein Feld herum. Ah, das ist zumindest besser, Marlon. Huch. Das war aus Versehen. Ah, ich bin fest auszusehen, gerade in solchen Filz. Oh, nee, jetzt. Hallo? Hallo. Ach so, ich hab einen Falschknopf gedrückt, ich dachte gerade Leck des Todes. Da hat ja dann ein Motor ausgemacht. Nee, ich hab eng einen Knopf gedrückt. Aber der Motor war nicht aus. Sondern dein Gehirn kurzzeitig. Im Moment sowieso, weil ich nicht in der Schule bin. Wow. Seit den Ferien kein, nicht mehr Schule gehabt. Traumhaft. Das ist meistens so, dass man. Ja, und deswegen hab ich Freitag frei. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich Freitag frei hab. Von der Schule aus? Ja, wenn's nicht ist, dann bin ich in Anführungszeichen krank. Weil ich hab keinen Bock. Weißt du, die anderen Schulen haben dann bestimmt alle Freitag Grottentag. Nee, nee, meine Schule auch nicht. Weißt du, was mir geschickt ist, wenn dein Lehrer mittwochs mein Video sieht und weiß, dass du Freitags dann nicht da wirst? Ah, das. Tupi. Ah, Tiger. Jetzt musst du gehen. Jetzt gibt's keine Trunkung. Ja, es ist, es ist wahr. Ich schick, ich schick an jede Schule. Aber ich bin Tigerfarben. Weißt du, wenn ich, ich bin Tigerfarben, nicht mein realer Name, den ich jetzt hier nicht sage. Hätt ich fast gesagt. Auf Versehen. Hätt ich mal auch wirklich gemacht. Ich schick an jede Schule in Schleswig-Holstein das Video. Wow. Irgendeiner wird deine Stimme erkennen. Eben. Ja, du weißt noch nicht mal, weißt du, wie viele E-Mails du da verschicken musst? Nee, egal. Kettenbrief, Ahoi. Varuna? Bitte? Ich könnte dir nach der Aufnahme sagen, wo er ungefähr, wo du ungefähr suchen musst. Hey, nein, nein, mach. Also. Hey, komm, ich muss, ich brauch Klickstigerfarben. Komm, auf deinen Nacken, das ist okay. Ja, kann ich dir sagen. Ich wohne im Kreis, äh, Schleswig-Flensburg. Mehr sage ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass die da oben Kreisrunde, Bundesländer haben. Klar. Kreis. Und bei mir heißt es auch Kreis. Kreisverkehr. Da kommt der. Inkompetenzmodus wieder raus. Lol. Ich sehe gerade, es gibt auf Kornhut einen neuen Mod. Ja. War schon. Den Golf 2017. Was? Also kein R. Nicht den Golf R, sondern den Golf 2017. Oh. Muss ich gerade mal ganz kurz auf YouTube gehen. Aber, ganz ehrlich. Wenn der Mod so schlecht ist wie der Volkswagen, den wir hatten. Oder den wir haben. Ähm. Ah, da muss ich was sagen. Äh, Fabi hat guten Kontakt zu dem Ersteller. Äh, kann er was machen? Ja, ich hab den schon bearbeitet. Ich hab da schon unsere Logos drauf geballert. Ich hab da die Fehler gelöst. Schon alles tut die bei dem. Auch, auch schon von den Feuerwehrfahrzeugen. Also alles. Stimmt, du hast von... Ich hab von 149 Serverfehlern, die die Mods verursacht haben, sind jetzt noch 14 Fehler da. Von welchen? Äh, zwei Fehler sind bei Seasons. Drei Fehler bei Real Dirt, glaube ich, oder so. Oder sieben Fehler, glaube ich, sogar bei Real Dirt. Ähm, ich glaub drei. An die Mods trau ich mich nicht ran. Das ist mir egal. Aber ich hab so ziemlich alle anderen Fehler schon klein gekriegt. Und was jetzt halt noch viele Fehler sind, sind so, ähm... Okay. Aber 14 Fehler, das geht ja. Ähm, ich glaub, ich bin falsch gefahren. Ich muss ja mal durch die Pampa. Ähm, ja, das geht. Im Vergleich zu 150 vorher. Ja. Ich glaub, ich glaub, jetzt wird auch, ähm... Jetzt wird auch, glaub ich, die Serverlatenz besser sein. Ja, eben. Also genau deshalb hab ich's ja gemacht. So hab ich gesagt, okay, ich guck mir die ganzen Mods an. Und das Gute ist ja, auf so einem Server wird dir genau angezeigt, was ist der Fehler. Also es steht drin, die Datei ist falsch. Scheiße. Ähm... Tigerfarm hat Bruch zerstört. Abmahnung ist raus. Oh, mein Marlon! Abmahnung am Marlon ist auch raus, wegen Pätzen. Oh, der Fliegel, der Schaukel, ganz schön hier. Ey, da hast du Pech gehabt, Marlon, ne? Muss ich schon sagen. Immerhin haben wir beide ne Abmahnung. Du hast schon zwei. Ach so, da war was. Da war was. Ja, Marlon, was machst du denn? Du beschädigst den Drescher. Ich hab einfach zu Fall, dass du das hättest du geschoben. Mi, mi, mi. Ja, dritte Abmahnung. Für dich? Ich geb dir gleich dritte. Dann hab ich aber jetzt Zoll. So, ich fahr jetzt nochmal die Papier hier weg. Lesen, was tut ihr? Oh, nee. Kann man euch nicht alleine arbeiten lassen? Nee. So, also, wie gesagt, ich fahr Papier nach weg. Steig aus, sei da. Dann haben wir 300.000 auf dem Konto. Steig aus. Immer noch nicht für den Drescher. Warte, fahr mal ein Stück vor, bitte noch. Könnt ihr wieder nicht abtanken, seid ihr wieder unfähig. Nein, ich bin ein Anhänger. Oh, immer mit seiner... Bleib jetzt doch stehen! Ich bin auf dem Fahrt gedankt! Och! Was? Nicht streiten. Jetzt lad doch ab! Ja! Lass mich doch warten, Mann! Ach, deine Schuld! Was macht's? Was ist denn da? Zum Glück bin ich gerade nicht am Drescher. Ich glaube, ich würde ausrasten. Auf 390. Grad. Wenn der jetzt voll ist, ne? Dann dreschst du alleine. Oh, 88 Prozent. Loll. Äh, der Roggen muss direkt in die Mühle. Von dem her habt ihr es nicht weit. Ich fahr da sowieso nicht hin. Was machst du, Marlon? Auftrag geht raus, Marlon muss zur Mühle fahren. Challenge. Ich komm hier nicht mehr weg. Marlon, nicht dein Ernst. Ich hab mich festgefahren. Er hat sich an dem Frischer festgefahren. Ich glaub, die Kündigung ist drauf. Das werd ich mir überlegen bis zur nächsten Folge. Die Wahrscheinlichkeit ist schon gegeben. Ja, ich hab erst zwei. Marlon hat schon drei. Du hast auch schon drei. Du kriegst gleich noch eine, weil du hier stichelst. Ich stichel nicht. Sondern? Ich bin so. Du provozierst oder was? Genau. Ey, da ist eine Fliege auf meinem Bildschirm. Geh mal weg. Da ist eine Fliege auf deinem Bildschirm. Ein Fliegel? Ja, ein Fliegel auch. Aber eine Fliege war es. So, liebe Leute. Wir haben jetzt 300.000 und 3.000. 300.000, so. 300.000 und wir haben übrigens noch 3.000. Und damit verabschieden wir uns heute von dieser Folge. Ich guck mal grad, wo ich langfahren muss. Sorry, war Absicht. Oh. Oh. Du weißt, dass ich davon Aggression krieg? Jo, ich weiß. Du bist schon aggressiv genug. So, also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank euch fürs Mithelfen. Und morgen, 18 Uhr geht's weiter. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.